Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch einen nicht mehr existenten deutschen Hersteller von Schreibgeräten vorstellen und zwar handelt es sich um die Firma Fendt. Jetzt werden einige sagen, Fendt habe ich schon mal gehört, die machen Traktoren. Ne, die sind es nicht, die werden mit DT geschrieben und die haben auch nicht mal Füllfederhalter oder mit Füllfederhaltern angefangen, bevor sie zu Traktoren umgestiegen sind, sondern es geht um die Firma Fendt nur mit D am Ende. Ich will euch ein bisschen was zu der Firma erzählen, weil ich finde es ganz interessant, was es hier auf dem deutschen Markt gab. Ich will euch natürlich dann auch hier, und darum geht es heute, dieses Schreibset in dieser edlen Kunststoffbox vorstellen. Ich will euch natürlich den Füllfederhalter und den, zumindest den Kugelschreiber zeigen und den Füllfederhalter natürlich ausführlich vorstellen. Dann will ich euch die Teile beschreiben, dann machen wir Maße und Gewicht, dann machen wir einen Schreibtest, dann sage ich euch, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt an diesem Fendt Schreibset. Und zum Schluss ziehen wir ein kurzes Resümee und ich sage euch, ob ich ihn wiederholen würde, oder ob es sich nicht lohnt, nach Fendt Schreibsets oder Füllfederhaltern zu suchen. Ja, darum geht es heute hier bei Ingap Your Pen. Diese rote Kunststoffbox hier mit der silbern eingeprägten Schrift Fendt. Ihr seht das nochmal, F-E-N-D. Ich habe auch keinen Namen für dieses Schreibset gefunden, deswegen nenne ich es Fendt Schreibset Silbern Metall gebürstet in roter Kunststoffbox. Ihr werdet gleich sehen, woher das Silbern Metall gebürstet kommt, wenn ich es nämlich aufmache. Ja, erstmal will ich so ein bisschen was zur Firma Fendt erzählen. Wie gesagt, hat mit dem Traktorenhersteller, der genauso klingt, aber mit T am Ende geschrieben wird, nichts zu tun. Fendt ist ein deutscher Hersteller aus Pforzheim. Der hat angefangen mit Metallverarbeitung und zwar hat der hochwertige Schreibgeräte anderer Hersteller mit Silber und Gold beschichtet. Der hat im Jahre 1899 begonnen und hat im Laufe seiner Firmengeschichte vornehmlich in den 20er und 30er Jahren auch Federn für Montblanc hergestellt. Also ihr merkt schon, das ist jetzt nicht irgendein Wald- und Wiesenhersteller, sondern da hat Montblanc auch zugekauft. Der hat auch für Goldfink in Berlin gearbeitet. Goldfink ist eine Schreibwarenkette, die mehrere hier in Berlin ansässige Häuser hatte, also Schreibwarengeschäfte hatte. Und ja, die haben auch dann neben Schreibwaren, die sie so verkauft haben von anderen Herstellern, auch eigene Füllfederhalter hergestellt. Und die haben auch einen ganz, ganz guten Ruf. Ich habe selbst keinen hier in meinem Bestand. Aber wenn ihr mal von Goldfink-Füllfederhaltern hört, denke ich mal, sind es Originale, sage ich mal, aus Berlin und sind, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, was ich so gelesen habe darüber. Also wie gesagt, der Hersteller Fendt hat eben auch für Goldfink in Berlin, ich sage mal, gearbeitet. Die haben aber auch eine eigene Produktion und aus dieser eigenen Produktion stammt dieses Schreibset. Sie haben auch Füllfederhalter und auch noch Drehbleistifte bis in die 1960er, 70er Jahre hergestellt. Und dieses Schreibset, so von der ganzen Aufmachung her, so von dem Schriftzug her, denke ich mal, dürfte das genauso in diese auslaufende Zeit der Firma Fendt stammen oder aus dieser Zeit stammen. Und das ist hier eine Kunststoffbox. Ich kann euch nicht sagen, ob da noch mal irgendwie was außenrum war, aber die sieht recht hochwertig aus. Die hat die Zeit auch ganz gut überdauert. Hier seht ihr ein paar Kratzer dran. Aber alles in allem, muss ich euch sagen, wenn ihr das hier so seht, ist es eine wirklich sehr schöne, sehr schöne Box. Die sieht edel aus, die macht was her, hat hier vorne so einen kleinen Verschluss. Wenn ihr da drauf drückt, dann könnt ihr auch hier den Deckel öffnen. Das machen wir jetzt mal hier gemeinsam. Und dann seht ihr hier drin so ein samtartiger Stoff, der hier, ich sag mal, drin ist. Der ist sehr edel, sieht das aus. Und hier noch mal der Name Fendt. Und hier ist noch mal mit Stoff bespannt, die ganze Sache. Die ganze Box, also das sieht wirklich gut aus. Auch hervorragend verarbeitet diese Box. Da ist auch nichts abgesplittert jetzt über die Jahre. Und hier seht ihr auch schon das Schreibset an sich. Da wisst ihr jetzt auch, warum ich das Silbern Metall gebürstet genannt habe. Ich glaube, hier ist es erkenntlich und jeder kann das jetzt so richtig einordnen. Ja, also soviel erst mal zu der Box hier. Also alles recht hochwertig verarbeitet. Dann schauen wir uns einmal den Kugelschreiber an. Der sieht auch recht gut aus. Kann ich hier mal drauf drücken. Ich finde die Spitze der Kugelschreiber-Mine, die kommt noch mal ein bisschen weiter hier rein. Die kommt nicht so weit raus, aber es ist überhaupt kein Problem. Ich habe das probiert. Da könnt ihr prima mitschreiben mit diesem Kugelschreiber. Ja, aber hier geht es nicht um Kugelschreiber, hier geht es um Füllfederhalter. Und das ist der Füllfederhalter, der in Silbermetall gehalten ist, komplett Metallkonstruktion. Wir legen ihn mal nebenhin. Ich will euch hier nochmal zeigen, ihr könnt auch hier diesen Samtboden könnt ihr rausnehmen, aber darunter ist jetzt nichts Wesentliches, sondern es ist nur nochmal diese Metallgeschichte. Und hier seht ihr die Rückseite von dieser gesamtbezogenen Einlage hier. Dann können wir das Ganze nämlich hier wieder auch mal zusammensetzen. Und dann schließen wir hier die Box wieder. Klingt auch ganz gut, wenn man die zu macht. Klingt nicht billig und stellen die mal nebenhin. Und dann beschäftigen wir uns mal mit dem Füllfederhalter. So, dann müssen wir aber ein bisschen mehr. Naja, so können wir das machen. Okay. Ja, ihr seht schon, sehr schön gebürstetes Metall. Erinnert mich so ein bisschen auch an Lamy, diese ganze Aufmachung. Also ihr seht auch hier hochwertig verarbeitet. Hier seht ihr oben am Clip, der ist hier befestigt, kann ich gar nicht so genau sagen, wie der hier befestigt ist. Können wir dann mal reinschauen in die Kappe. Seht ihr schon das kleine F für Fendt. Also man ist hier durchaus stolz auf seine Produkte. Wir können uns mal den Clip anschauen. Ja, super. Also wirklich absolut funktional. Hier habe ich mal kurz auf den Füllfederhalter gespuckt. Entschuldigung. Hier absolut funktional. Hier unten seht ihr auch Fendt, Germany. Also alles hochwertig gemacht. Auch hier nichts scharf an diesen Übergängen. Der Füllfederhalter hat eine Steckkappe. Die können wir mal abziehen. Legen wir den Füllfederhalter erstmal nebenhin und schauen mal oder werfen mal einen Blick in die Kappe. Da haben wir eine Kunststoffhülse unten drin. Seht ihr hier. Also Innenkappe Kunststoff. Ansonsten hier Metall. Ja, leicht scharf, aber hätte jetzt keine Angst mich da dran zu schneiden oder so. Aber ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, das habe ich auch schon abgerundeter oder abgefeilter gesehen. Aber es ist jetzt auch nicht wirklich störend. Und wenn ihr ihn im geschlossenen Zustand habt, dann merkt ihr davon auch gar nichts. Ja, nochmal hier der Kappenkopf. Ein Metall wieder. Denke mal, das ist hier Edelstahl. Das ist so ein runder Abschluss. Hat auch irgendwie nichts mit dem Clip zu tun. Der Clip, da kann man auch gar nicht erkennen, auch wenn ich hier so reinschaue, kann man gar nicht erkennen, wie der befestigt ist. Er ist nicht federnd gelagernd, aber absolut funktional. Ich zeige es hier nochmal. Machen wir mal die Lampe aus. Ich zeige es hier nochmal. Also wirklich, wirklich sehr gut. Also da gibt es keine Probleme. Dann schauen wir uns den Füllfederhalter mal an. Hier finde ich interessant, es gibt kein Luftloch bei der Feder des Fendt. Das ist so ein bisschen angedeutet, aber nicht wirklich da. Ja, ansonsten erinnert mich der so ein bisschen natürlich auch an die Lamy Füllfederhalter, die es so gibt. Wenn ihr hier meine Finger seht, wisst ihr auch gleich, welche Tinte ich verwendet habe, kann ich an der Stelle gleich mal sagen. Das ist Diamine Pinoblue. Die verwende ich in letzter Zeit recht gern. Und die habe ich auch hier verwendet. Und ja, hinten auch der Tintenleiter erinnert so ein bisschen auch an Lamy. Ich finde, da gibt es durchaus Ähnlichkeiten. Auch hier diese Einfassung nochmal der Feder finde ich sehr interessant. Das ist also aus Kunststoff. Ich habe die beim Reinigen nicht zerlegt bekommen. Habe dann mich auch nicht getraut, da weiter ranzugehen. Aber ich kann euch auch deshalb nicht sagen, ob man die rausdrehen kann oder rausziehen kann. Ist mir leider nicht gelungen und ich wollte das Schreibset jetzt auch nicht um jeden Preis hier auseinander nehmen, da ich den euch hier auch gerne vorstellen wollte und mal ausprobieren wollte. Dann schrauben wir mal auf. Ich habe hier einen, da kein Konverter dabei war, einen Standard International Konverter genommen, den ich hatte noch. Und da muss ich sagen, habe ich jetzt hier eine Entdeckung, ihr seht es hier, gemacht. Hier kommt ganz wenig Tinte an. Also ich habe den versucht mehrfach so ein bisschen hier, ich sage mal, zu befüllen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass da wirklich wahnsinnig viel Tinte reingegangen wäre. Es geht, sage ich mal. Also das muss man vielleicht nochmal so ein bisschen mehr probieren. Ihr seht es hier, wenn ich das so hin und her bewege, dann seht ihr die Tintenmenge, die drin ist. Aber alles in allem, muss ich sagen, völlig ausreichend. Aber doch auffällig, dass nicht ganz so viel Tinte reingeht. Ja, was mir immer gut gefällt, zeige ich hier nochmal. Metallgewinde auf Metallgewinde. Das spricht für Qualität und da dürfte auch nichts passieren. Griffstück in Metall gefertigt. Wer jetzt Angst hat, dass es irgendwie glatt ist, den kann ich beruhigen. Das ist nicht glatt. Also ich schrecke auch vor Metallgriffstücken das ein oder andere Mal zurück. Aber ich habe auch schon viele erlebt, die meine Befürchtung nicht haben wahr werden lassen. Und das hier gehört dazu. Das ist ein wunderbares Griffstück. Kann man sehr sicher und sehr gut halten, den Füllfederhalter. Ja, wie gesagt, der Konverter ist nicht original. Deswegen brauchen wir an der Stelle auch nicht weiter darauf eingehen. Schauen wir uns nochmal den Schaft an. Auch hier können wir nochmal einen Blick reinwerfen. Ja, was ich hier interessant finde ist, ihr seht hier hinten wie so ein kleines Teil. Gucken wir mal, dass man noch ein bisschen besser sehen kann. So ein weißes Plastikteil mit einem Loch drin. Ich drehe den Schaft jetzt mal rum, dann fällt das nach vorne. Hört mal. Habt ihr es gehört? Ich halte es mal vor das Mikrofon, da kann man es vielleicht noch deutlicher hören. Also, so eine richtige Erklärung für dieses weiße Plastikteil. Nein, jetzt können wir es nicht sehen. So, jetzt sieht man es. Für dieses weiße Plastikteil habe ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass man diesen Füllfederhalter früher nicht mit einem Konverter, sondern ausschließlich mit Tintenpatronen gebraucht hat. Und vor diesem Hintergrund wäre es eine Erklärung, dass wenn man die zweite Tintenpatrone hier reinfüllt oder reinlegt als Reserve, dass dieses weiße Plastikstück dann dafür sorgt, dass, ich sag mal, ein gewisser Druck auf beide Tintenpatronen ausgeübt wird, dass die sich da drinnen vielleicht im Füllfederhalter nicht löst und dass es da nicht zu einer Sauerei innerhalb des Füllfederhalters kommt. Das wäre so für mich die einzige Erklärung. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, hatte ich so noch nicht. Vielleicht kennt ihr das, dann teilt es mir in den Kommentaren mit, würde mich sehr interessieren. Ja, hier zum Schaft, auch alles hier schön metallgebürstet, sieht toll aus. Abschlussstück ist glänzendes Metall, auch sehr schön. Also hier sieht man auch kaum Gebrauchsspuren, wenn das so 60er, 70er Jahre sind, dann ist das völlig in Ordnung. Auch hier ähnlich, ich sag mal, nicht ganz zu Ende verarbeitet, würde ich jetzt sagen, aber nicht wirklich unangenehm, dieses Abschlussstück. Dann setzen wir ihn wieder zusammen und dann können wir gleich mal Maße und Gewicht machen. Wenn ich den hier so in der Hand halte, so wie ich ihn jetzt hier vor euch halte, das heißt also ohne Kappe misst er 12,4 cm, völlig in Ordnung. Ist ein eher schlanker Füllfederhalter, aber liegt gut in der Hand und ich kann die Kappe auch aufstecken. Das hält auch sehr gut, aber wird dann auch ein bisschen kopflastig, weil wie gesagt, das gebürstet ist Metall. Und aufgesteckt misst er 16,1 cm. Und im geschlossenen Zustand, da schließt er auch ganz sicher, ist wie gesagt mit dieser Steckkappe hier versehen, im geschlossenen Zustand misst er 13,3 cm. Ich hatte euch ja gesagt, ich habe mit Dye meinen Penoblue in diesem Konverter befüllt und das Gesamtgewicht Füllfederhalter, Konverter und Tinte beträgt 21,5 Gramm. Also durchaus ein Gewicht, was in der damaligen Zeit völlig normal als normal anzusehen war. Okay, soviel zu Maßen und zum Gewicht und zur Beschreibung des Füllfederhalters. So, dann versuchen wir ihn wieder ein bisschen scharf zu stellen, genau. Und dann kommen wir als nächstes zum Schreibtest. Der Schreibtest. Wir haben heute hier vor uns einen Fendt Füllfederhalter, Metall gebürstet. Vielleicht kennt ihr einen Namen von diesem Schreibtest. Würde mich natürlich auch interessieren. Könnt ihr mir in den Kommentaren mitteilen. Aus einem Schreibtest. Die Feder würde ich sagen, ist eine M-Feder. Stahl. Stahl. Und Tinte ist Diamine. Pinoblue. Und das Papier ist wie immer Clairefontaine. DCP 160 Gramm. Okay, ich glaube man hat hier schon ganz gut gehört, wie die Feder hier übers Papier gleiten kann. Aber ich werde jetzt noch mal ruhig sein. Und wie immer könnt ihr jetzt zuhören, wie der Füllfederhalter übers Papier gleitet. Also man hat es glaube ich sehr gut gehört. Das klingt absolut weich. Das klingt sehr angenehm. Wundert mich nicht, dass die mal Kompetenz in der Federherstellung haben. Dass selbst Montblanc bei denen gekauft hat. Also das klingt alles sehr sehr angenehm. Der Stift liegt auch, obwohl er so schmal ist, sehr gut in der Hand. Und ja, alles ganz ganz toll. Auch Tintenfluss überhaupt kein Problem. Und jetzt haben wir einen Moment offen gelassen. Dann schauen wir mal ob er gleich da ist. Und wir versuchen wie immer schnelles Schreiben. Ja, sofort da. Wunderbar. Also da gibt es auch kein Problem. Tintenfluss kommt jederzeit mit. Versuchen wir mal verkehrt herumzuschreiben. Das ist nicht schön. Da bleibt die Feder so ein bisschen hängen. Es geht, aber ist nicht wirklich toll. Würde sagen, das ist dann so der Bereich der F-Feder. Das andere denke ich mal mit einem M kommt das schon ganz gut hin. Dann schauen wir ob wir ein bisschen Variation in die Feder hinein bekommen. Naja, geht so. Hier ein bisschen, hier ein bisschen. Also ist eher eine steife Feder würde ich sagen. Aber durchaus sehr sehr angenehm im Schreiben. So, dann gucken wir mal Tintenfluss. Ich glaube, da braucht man wenig mehr zu sagen. Okay. Soviel zum Schreibtest des Fendt Füllfederhalters in der Ausführung Metall gebürstet. Und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt. Was gefällt mir gut? Was gefällt mir weniger gut? Am Fendt Füllfederhalter in Silber Metall gebürstet aus einem Schreibset mit Kugelschreiber. Also mir gefällt, sage ich gleich nochmal, die schöne Aufmachung. Ich finde, diese Kunststoffbox, die ist zwar aus Kunststoff, aber doch sehr langlebig. Wie gesagt, die Firma gibt es seit den 60er, 70er Jahren nicht mehr. Und diese Kunststoffbox muss ja aus dieser Zeit dann sein, spätestens. Und die ist bis heute völlig in Ordnung. Und fühlt sich auch gut an. Wirkt nicht billig. Da ist nichts abgebrochen, nichts rausgebrochen. Das finde ich schon mal sehr schön. Ich mag auch diesen ausgekleideten Samt. Ich zeige es euch nochmal. Und nochmal hier dieses Logo drin. Also das sieht schon sehr edel aus. Wenn ihr das in den 70ern verschenkt habt, dann war das schon gut. Da habt ihr schon ein tolles Geschenk gehabt. Und auch dieses Schließen, ihr habt es gerade gehört. Der Box, das klingt auch nicht billig. Das gefällt mir alles sehr gut. Wirkt sehr elegant. Ist schon ein qualitativ hochwertiger Füllfederhalter. Was mir sehr gut gefallen hat, ist die weiche Feder. Die hatte ja kein Luftloch. Da hätte man so ein bisschen überlegen können, naja, wie ist das mit dem Tintenfluss und so weiter und so fort. Alles überhaupt kein Problem. Entschuldigung. Alles überhaupt kein Problem. Hat hervorragend. Ihr habt es im Schreibtest gesehen. Funktioniert. Ich würde sagen, ist eine M-Feder. Ist nicht gebrandet. Ich habe nichts drauf erkennen können. Aber vom Schriftbild her würde ich sagen, sind wir so im Bereich M. Sehr, sehr angenehm zu schreiben. Ihr habt es selber gehört. Tintenfluss. Absolut hervorragend. Die Verarbeitung dieses ganzen Füllfederhalters ist sehr gut. Abgesehen jetzt hier von diesen Kanten, wenn ihr den Füllfederhalter zerlegt, hatte ich euch gezeigt. Dann habe ich da auch schon, ich sag mal, weichere Übergänge erlebt. Das Ganze erinnert so ein bisschen an diesen Bauhaus, schlichten Bauhausstil. Das gefällt mir auch sehr gut. Lamy ist ja da für bekannt, sage ich mal, oder besonders bekannt. Und ja, deswegen muss ich sagen, toller Füllfederhalter. Ich kannte Fendt vorher nicht. Es gibt verschiedene Modelle von Fendt im Internet. Das Spezielle hier, dieses, auch in dieser roten Box, habe ich so nicht wiedergefunden. Könnt ihr euch selber mal ein Bild von machen. Könnt ihr mal schauen im Internet, wenn euch der Test hier heute gefallen hat. und Lust auf einen Fendt Füllfederhalter gemacht hat. Schaut euch das mal an. Einziges Manko, was ich gefunden habe, der Konverter, der ließ sich nicht so mit Tinte befüllen, wie ich es mir hätte gewünscht oder wie ich es mir gewünscht hätte. Da hätte durchaus ein bisschen mehr Tinte reingehen können. Glaube aber, dass es daran liegt, dass der ursprünglich gar nicht für so einen Konverter gemacht war, sondern für Tintenpatronen gemacht war. Ich sage mal, dass das jetzt hier so eine Notlösung von mir ist. Deswegen war ja auch kein Konverter mit dabei. Das könnte der Grund dafür sein. Ich habe sonst keine Problemfelder erkannt, dass da irgendwo was ausläuft. Dass ich jetzt hier so viel Tinte an den Fingern habe, hat mit dem vorherigen Test zu tun. Und da hatte ich wohl den Füllfederhalter nicht richtig sauber gemacht, nachdem ich ihn mit Tinte betankt hatte. Und ist jetzt hier nicht auf diesen Test zurückzuführen. Das ist so das Einzige, was ich an negativen Dingen sagen kann, wenn das überhaupt eine negative Sache ist. Weil, wie gesagt, Konverter ist nicht aus der Zeit. Das muss man einfach dazu sagen. Ja, würde ich mir wiederholen. Auf jeden Fall. Ich finde, die Aufmachung ist toll. Ich habe so, was habe ich denn bezahlt? Muss ich erst mal überlegen. So 15 Euro vielleicht für das ganze Set. Vielleicht auch 20, kann ich gar nicht mehr genau sagen. Toll. Finde ich klasse. Es ist ein Stück, ich sage mal, Schreibwarengeschichte aus Deutschland. Ich habe mich mit der Firma Fendt erstmalig beschäftigt. Ist ein Traditionshersteller gewesen. Allein das hat schon Spaß gemacht. Und wie gesagt, der Füllfederhalter schreibt sich einfach super angenehm. Den Kugelschreiber nehme ich so als kleine Dreiengabe. Und insofern würde ich mir auf jeden Fall das Schreibset oder auch einen Füllfederhalter von Fendt wiederholen. Vergleichspreis, wie gesagt, ist schwierig zu finden, da ich das Set nicht mehr gefunden habe. Aber es gibt andere Fendt-Modelle, die, wie gesagt, kommen ja aus der Edelmetallverarbeitung. Da gibt es natürlich auch hochwertige, hochwertige Sachen. Vielleicht habt ihr ja daran Interesse. Ja, so einige Fragen hat der Fendt dennoch offen gelassen. Vielleicht könnt ihr die in den Kommentaren beantworten. Oder ihr habt selber Erfahrungen mit Fendt gemacht. Dann würde ich mich natürlich über eure Erfahrungen in den Kommentaren freuen. Würde mich freuen, wenn ihr mein Video liked, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.